Warum du deine beste Freundin brauchst? Stell dir vor, du bist total down. Alles läuft schief und du brauchst dringend jemanden zum Reden. Wen rufst du an? Natürlich deine beste Freundin. Sie ist die einzige, die dir zuhört, dich zum Lachen bringt und bestimmt auch einen witzigen Racheplan parat hat. Oder du stehst vor einer großen beruflichen Entscheidung. Wer ist da, um dir den nötigen Motivationsschub zu geben? Richtig, deine beste Freundin. Sie hat immer die passenden Zitate auf Lager und genau die richtige Mischung aus harter Liebe und Unterstützung. Und vergessen wir die persönlichen Krisen nicht. Ob es ein Bad Hair Day ist oder du dich mitten in einer waschechten Sinnkrise befindest, deine beste Freundin ist ein emotionaler Fels in der Brandung. Sie weiß genau, was sie sagen muss oder manchmal auch, was sie besser nicht sagen sollte. Allein ihre Anwesenheit ist oft schon genug. Warum rufen wir sie an, wenn alles drunter und drüber geht? Weil sie nicht nur eine Freundin ist. Sie ist unser Fels, unser Therapeut und unsere Komplizin in allen Lebenslagen. Also, ein Hoch auf unsere besten Freundinnen. Die wahren MVPs in unserem Leben. Wenn das nächste Mal alles schief läuft, weißt du, wen du anrufen musst. Markiere deine beste Freundin und lass sie wissen, dass sie deine Heldin ist. Das ist das, was sie mir auf. Und das ist das, was sie behebt. Ich bin ein. Und dann habe ich das. Das geht, was ich mir das...